Ja, Mr. White! Ja, äh... Einfach durchranden, also just for fun. Ja, durch die Lava, Elias. Ja. Mach mal dieses scheiß Loch so. Dann hast du einen Wegpunkt. Ja. Kommen wir jetzt hier durch? Ich nicht. Ich grabe mich einfach nach oben. Einfach. Mach das mal weg. Also dass wir da raufkommen. Auf welcher Höhe bin ich eigentlich? 19. Die Kandidaten auf der Höhe. Ach, aber ich bräuchte dich doch nicht. Das war jetzt gar nicht so schwer, Tschörner. Es ist zu unsicher. Ich bin nämlich durchgelaufen. So Eisen? Nee. Nee. Dann bist du durchgelaufen? Wo? Ich bin... Nein, ich bin geschnickt. Echt? Ja. Warum? Schon 41 Eisen wieder. Na, was? Nur da reinfälltst, bist du weg. Bist du weg? Ich habe eine Höhle gefunden. Oh. Gehen wir die rein? Ich brauche hier gerade mit Nicole ab, ne? Danach kommst du, oder? Ja. Hier hast John's Next sich wieder die Dias. Mir eigentlich egal. Ich habe Eisen gefunden. Ich habe nicht genug, aber ich brauche sie nicht so. Ja. War ich hier schon mal, oder war die hier schon mal? Ich habe genug hier. Lass dir fackeln? Ja. Nee. Okay. Oh, jetzt Gold. Dann wo bist du? Ich bin hier, komm mit. Hier rauf, hier rauf. Andersrum. Das Eisen. Oh. Das Eisen, das Eisen. Schmidt. Und das Gold. Elias, wir bauen uns einfach am besten nach oben, weil das ist das Einfachste. Weil wir sind direkt über dein Haus gerade, gell? Ja, aber... Doch, wir sind direkt über dein Haus. Unter, John, unter. Die dann, wir sind direkt neben uns. Neben dir. Ihr seid neben euch. Wir sind neben uns. Elias, wo gehst du hin? Ich brauche mir gerade die einzelne. Oh, hier ist... Ich glaube, ich bin ziemlich nah bei euch, ne? Ja, ach nee. Da bist du, genau da, I think. Ich bin in diesem komischen Erdraum da. Ja, genau. Bis zu uns. Ich brauche mal die... Ich brauche mal die Cola ab, hier, ne? Warte, Cola. Jetzt hast du es jetzt fertig gemacht. Was brauchst du denn da ab? Ja, Eisen. Wenn ich dann schon zacken darf, ist alles weg, da. Mach mal das weg, da. Mach das weg. Es ist ganz viel Redstone. Geh mir hier rum, rein. Geh jetzt nach oben. Hier war irgendwo diese Hülle. Hier ist die Hülle, komm mit. Komm mit, wo gehst du hin? Hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Was ist da drin? Redstone, Kohle, Brot und Schienen. Gut, wie viele? Wie hast du? Wie? Wie viele Schienen? Nach Schienen. Gut, komm mit. Ich hab zwei Stacks Kohle-Erz. Komm mit, Elias. Kohle-Erz. Ja, ich hab das aufgebaut mit meiner Spitzhocke. Oh, gehen wir lang? Gehen wir hier lang, oder? Das ist ein Zombie. Oh, sorry. Ich nehm das andere. Oh, sorry. Das ist ein Zombie. John schlägt mich immer und sagt dann, oh, sorry. Leute, es ist ein Spawner-Gerner. Echt? Was war einer? Mach ihn kaputt. Ja, ich hab... äh, Leon. Leon. Wo ist der? Nein. Nein, nein, mach ihn nicht. Ich mach ihn nicht kaputt. Alter, ich steck dir gleich. Doch, ich mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt? Ich hab ihn kaputt gemacht. Ich hab die Schienen mitgenommen, die hier sind. Dir nichts. Wo bist denn du? Hier war einer Schörner. Okay. War da auch eine Kiste, oder nicht? Nee. Willig. Alter, das ist riesig, Alter. Mein Emilitar ist einfach so extrem voll, Schörner. Meinst nicht? Meinst ist komplett voll. Dann was? Gib mir irgendwas. Oder wirf irgendwas Unnötiges weg. Die Cobblestone. Ich hab kein Cobblestone. Ich hab kein Cobblestone. Doch, da ein bisschen. Da hab ich noch Eisdicke, den brauch ich nicht. Ja, der ist. Oh, jetzt bin ich wieder hier, wo ich rausgekommen bin, Leute. Da geh, hab ich jetzt... Warte mal. Wo ich den hier rausgekommen bin. Wie voll ist meine Festplatte eigentlich? Na, da geht noch was. Ach, äh, 900 GB. Okay. Hier ist nichts mehr. Warte, du wirst essen. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Einstellen und das snacken. Nein. Nicht wahr. Wo seid ihr jetzt überhaupt hin? Ich würde jetzt gerne wieder zu euch. Mal wieder. Ich weiß, du bist irgendwie weggegangen. Und ich warte mal, ich bin noch da geblieben. So. Also, ich seh deinen Kopf nicht jetzt. Gehen wir da runter, Elias, oder? Ey, wie du siehst meinen Kopf nicht. Hast du Zanz? Ja. Ja. Tino. 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 Ja, die Mapes voll. Tino. Das ist doch die Maus. Also, hier sind es viele Sachen schon. Echt? Alter, ich nehme das Eisen mit. Mach ich auch. Und hier sind auch übelst viele Laver, Tino. Merks schon. Das Eisen. Das ist Kohle. Ich freue mich schon so auf Sonntag. Oh. Fliegen sie auch noch gar. Weißt du, dich schon auf der Zimmer genossen ist? Ja. Echt? Echt? Glaub ich nicht. Glippschon. Da ist Eisen. Das Kohle. Liat, wo bist du? Bist du da? Oh, Kohle? Liat, wo bist du? Liat, wo bist du schon auf der Zimmer genossen, den du nicht kennst? Ne. Liat, wo bist du hin? Ich hoffe, dass ich alleine ins Zimmer kam. Glippschon. Glippschon. Wir dürfen uns nicht trennen. Wir müssen noch zusammenbleiben. Oh, hier ist ganz viel Kohle. Pass auf nicht der bei dir. So viel Kohle, ich hab fast 3 Sticks, Mann. Machen wir das jetzt weg? Aber roh halt. Er hat sich dann noch abbauen mit der Glückschluss. Mach das mal weg, dann. Aber ich kann nur noch 209 Blöcke abbauen. Oh, da, warum packst du jetzt? Neu, ich hab die 3 Sticks voll. 3-6-Kohle. Und die fehlt immer mehr. Was ist da unten? Da unten war schon jemand. Bei deinem Kilion. Du musst hier irgendwo raus. Wo geht sie doch raus, oder? Geht sie irgendwo raus? Das sind vielleicht Diamanten, schauen wir nach. Nein. Gehen wir wieder raus? So, ich bringe jetzt erstmal mein Zeug weg und dann gehe ich mal normal in meinen. Hier ist nur Eisen und so. Er nimmt das Eisen auch mit, das ist wichtig für die Schienen. Ich tue die Schienen und die Schienen und das Redstone in die Kiste. Kommst du dann wieder hoch, Elias? Elias, kommst du wieder rauf. Kommst du wieder rauf zu mir? Ich hab das da reingetan. Ich hab das da reingetan, Junge. Das ist Redstone. Und die Schienen. Ich hatte. 46 hatte. 46 hatte ich jetzt. Aber ich hab so viel Kohle, Elias. Ich hab keine Diamanten. Hat irgendwer Diamanten für mich? Ich kann sie auch irgendwann zurückgeben. Komm, Card, oder? Siehst du mich, Jan? Ja, ich seh dich. Ich kann sie auch irgendwann zurückgeben, die Diamanten. Aber ich muss die Spitzhacken verbessern. Komm mit. Oh, Jan hat so viel Diamanten. Braucht die aber. Wofür? Ich will die Rüstung vielleicht machen. Du hast doch schon was. Kohle, Elias. Braucht plus zwei oder so. Hm. Jetzt hast du zwei Diamanten. Ich hab keine. Gar keine. Nee, ich hab auch nicht verarbeitet. Na gut. Selbst deine hätte ich dir wohl nicht geschenkt, ne? Ich hätte sie dir zurückgeben können irgendwann. Mit deiner geilen Spitzhacken hast du auch eh von Quäle dir irgendwo hin. Ja, aber ich find keine Blöcke gerade. Dann gehen wir mal raus, ne? Wie kommen wir raus? Jetzt sind wir einfach. Scheiß, ich kann noch 245. Oh mein Gott. Mach das mal weg. Ich glaub, die Spitzhacken reicht nicht. Das war das. Gehen wir hier lang? Oh mein Gott, ich bau jetzt erstmal die ganze Kola. Jetzt sind wir bei dem Spawner. Nee, wir müssen mit links gehen schon noch. Links waren wir aber noch nicht. So, ich bau mich jetzt so weit hoch, wie es geht, und bau mich dann mit der Spitzhacken runter. Mit der Glück. Da können wir uns ja Goldjetschests draus machen. Stimmt. Alter, hier ist übelst wie Kohle, Elias. Ja, die brauch ich aber nicht. Ich kann maximal drei Stacks abbauen wahrscheinlich, ne? Wann wohl, ne? Ja, ich hab fast drei Stacks, ne? Ich hab drei Stacks rohe Kohle, Elias. Nee, ich kann das ja nicht sehen. Ich muss die mitnehmen, schau mal. Wie kommen wir jetzt raus? Vorbei, als ich erstmal zuerst. Ach so, Elias, wir sind hier unten noch nicht. Ah! Jetzt komm mal da runter! Jetzt komm mal runter! Hier runter, komm runter! Geil, die sind schienend. Ja. Da sind auch Schleims und alles irgendwie. Warte, ich bin so hoch, ne? Wenn ich jetzt runterfalle. So, also ich schau mal, ich hab... Also Schleims. Wenn ich zwei Stacks Kohle-Erz abbaue, mal schauen, wie viele Stacks ich dann am Ende draus hab. Warte, ich bin... Alter, auf der Minimap ist das so krass, wie viel Scheiß-Gänge hier sind. Ach, du Scheiße. Okay, ich hab jetzt erstmal zwei Stacks. Elias, wie kommen wir jetzt hier raus? Gehen wir wieder dahin, wo wir vorhin waren. 128 Flöten, also. Ja, nimm die mit. So, und jetzt baue ich mich hier mal runter. Mal schauen, wie viel Kohle ich bekomme. Komm, waren das Elias, hier war das. Pass auf. Geh weg. Ich krieg doch teilweise drei Kohle raus aus seinem Block. Ich hab euch da nicht. Ich hab euch mal Screenshot. Jetzt komm. Doch, hier. So. Na doch, da ist eins. Da ist eins. F10. Ich hab aber nichts zu hochbomben, weil ich alles grab immer wegschmeiße. So. Komm, hier lang, hier lang.